hier und so ungeheuer wird ein Eis eingeben dann müsste er mal genau angezeigt werden auf welcher Ebene ist damit die Eis vorkommt hier bis 65 am besten ist es bei Ebene 4 1 was wir müssen runter weiter existiert jetzt clay und clay jetzt noch normal man weiß nicht was wo wir haben was können wir aus Kupfer machen können wir daraus Werkzeug machen das wäre irgendwie interessant Geld ein kleineses Mabel das ist ja wahnsinnig um ach Gott genau wir können Kupferwerkschaft mit dem Kasskontrakt machen ein Hammer das wir es haben Kupferblock wir brauchen Kupfer wollen wir aber noch mehr Clay nein Hammer Z Hammer Z haben wir auch drin kenne ich nicht den hast du reingetan du meinst ich hab's dir gesagt der fügt normale Hammer das an wäre wenn du nicht so schnell wahrscheinlich rumlaufen willst weil ich kann gar nichts abbauen da geschaut im World Border wollte ich eigentlich nur stellen ja World Border haben wir eh drin das ist in 4TPS drin da haben wir ja auch drin joo jetzt eh fällig mit runter Gott licht mal so wir sind jetzt auf Ebene nur noch ich schwimme hier auf meinem See beißen gefunden wir brauchen ein Eisen eigentlich auch Kohle aber so 10 haben wir auch schon Harvest Level Diamant dann kann man sie nur mit Tindum mit Diamant abbauen was an dem ist scheiße wahrscheinlich spezielles Tesla ja ok aber Tesla Kupfer ja gut stimmt ich sag dir komisches Tesla Kram ein bisschen ja sowohl finden man jetzt Clay ja auch in der Nähe von Gewässern normal ja so dann auch noch Kupfer oh Achievement Tee oder alles das weiß ich ja Kupfer kann man gut aber eigentlich noch eine Möglichkeit er hat es zu verdoppeln irgendwie ja auf Bittlinge meint er meint am Anfang ja weil er bleibt ja die kann man ja nicht mehr drin also ich weiß nicht ob es das andere der andere Mod hinzufügt vielleicht ich glaube nicht haben nichts davon gelesen gelesen ja genau das können wir auch mal so ein bisschen sagen wir haben ja uns entschieden dass wir das Wort ein bisschen abändern ordentlich und viele Mods die man so kennt gar nicht drin haben wie er bleibt Logistic oder Forrest Britannia oder keine Ahnung genau die Großmods haben wir bewusst rausgelassen weil wir einfach mit anderen spielen wollten mit kleineren auch vor allem mit neueren es sind jetzt einige dazugekommen ja Tesla zum Beispiel wo kein Mensch weiß was der macht aber damit wir haben wir uns schon beschäftigt wie gesagt wie gesagt dieses Modpacks ist deutlich größer als unsere anderen ja obwohl wir eigentlich eh so gespart haben mit den Mods wir haben gespart wir haben einige rausgenommen und wir wissen selbst nicht wie das entstanden ist aber es ist entstanden aus mir meckern ist in der Videobeschreibung fügen wir ja wieder eine Modliste ein oder wenn wir es nicht vergessen ja ja ich kann dir die ja dann mal geben naja du brauchst ja eh nur ja du hast die ja abgeschrieben ne ich tue es ja nicht ja halt ja aber du ändern tust ja trotzdem ja Excel das fehlt noch Videobeschreibungen iframes hm das ist ein bisschen schwierig weil da schon wieder Kupfer wie viele Kupfersorten haben wir denn das ist einfach auf einer Seite die Videobeschreibung endet so ne tut es dann für alle möglichen ja das ist ja jetzt auch nicht so tragisch wenn du so ne Tabelle hast kannst du sie auch einfach reinkopieren fertig hab zumindest eine vorläufige Modliste mit so das kann man es natürlich nicht abbauen er kann es trotzdem abbauen und ist es wenigstens weg und nicht im Weg gut da kommen noch mehr von dem Dreck aber hier mal stopp und gehen die direkt voll interessant wie hier meine haben wir eigentlich irgendwo normalen plus das hat das hat wir drüben und sagen sie ähm clay weiß ob ich das überlebt ach geht schon wenn du stirbst bist ja nur du musst immer so denken mag 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 man dich in deiner art und war hier und die das ist nur für scheiß kohle ah so greift er mich an weil das kann ich finde es ja interessant wir spielen ja jetzt schon 36 Minuten und wir haben noch immer nicht gegessen angst ich werde sterben also irgendwie komisch wollte heute noch nicht sterben bis jetzt dreimal dann glaube ich erst in der 1 11 das hunger und nahrungssystem sozusagen gerne brech mal in unsere bruder achso dass du sterben kannst durch hunger oder was was ist denn das für ein erz also ich hab dir acht clay mitgebracht so ist es ja nett mir ich komme mal runter zu dir wenn du den weg findest rausgehen kann ich jetzt gerade schlecht weil in dem großen see ist irgendwie nicht wirklich was da wo ich clay gefunden habe war eher ein berg quarts black of black quarts ja ich wollte mal es runter ist gescheitert da meinst mit meiner no kohle es passt ihr wieder habe ich endlich die helligkeit hochgestellt wieder settings ja ich bin so nett gibt ja nicht ach so also wenn es retz tun wäre könnte man sich zu erklären aber so so überhaupt nicht geil das mit dem ding funktioniert auch das ist eigentlich besser dass der grubel einfach so runter ploppt das funktioniert auch da kann man nicht mehr schlagen werden von grubel klatsch wenn man sich nicht mehr gutes Liedern platz das lieb aus der mann die alle Diamant und von Tesla was auch Diamant voll scheiß recht das ist das so wir sind jetzt auf Ebene 31 holy shit das dauert irgendwie lange da für eine Wabenbilder was alt möchte ich dir persönlich nicht sagen vor allem dürfen wir nicht vergessen wir haben etwas in der Tore drin ja das haben wir drin warum dürfen wir uns nicht vergessen ja das muss umstellen dann so stimmt ja aber erst wenn wir es sind dann brauchen wir aber eh noch nicht eh nicht deswegen na gut Holz könnten wir uns schon leisten ja aber brauchen wir ja nicht für was denn jetzt und Osmium gibt es ja auch Lied es geht Kraft okay Quatsch Dinge hier und wir haben auch keinen Plan von den ganzen neuen Mods ja stimmt das haben wir ja hinzugefügt wir kriegen jetzt niederquatsch in der Oberwelt gell Stimmt da war ja was ja wir haben ja dieses Mod hinzugefügt da niederquatsch und sowas in der Oberwelt spawnt ja neu ja heute ist alles neu es ist nur gut dass du das Modback zusammengestellt hast äh du hast mir drüber geschaut ja eh ich weißt es ja also ich hab die Mods runtergeladen und Ed war im Hangout und hat sich das ganz angeschaut ja mit beurteilt das ganze Session hat noch keinen Namen aber vielleicht hat sie ja mittlerweile einen Namen also vielleicht habt ihr eine Idee für einen Namen genau das unbekannte im jenen Hauptsache ich bin hier irgendwo im schwarzen so aber ich hab Eis ich auch und ne der Quatsch hab ich auch Gold das ist vielleicht auch nicht verkehrt Gold ist immer schwierig aber jetzt auch keine Spitz deine neue Werkstatt ja ich geh dann nicht warum ist eigentlich ne Workbench VIP keine Ahnung wir sind da Wirk in Pokes ja weil da wahrscheinlich ein Mod rein pfuscht also wegen dem Tauflegen wahrscheinlich ja ja schätze mal so ich werde aber jetzt nach oben gehen weil ich hab auch nix mehr einfach neu ja ich muss mal das Erd alles ein bisschen bisschen du unterwegs ui du machst aber keine schöne Aufgänge komm mal nicht hoch bei dir ja keine Ahnung ich hab mich halt hier irgendwo verbuddelt ja du musst halt schon vielleicht so bohren dass du auch wieder rauskommst schön ja es war halt eher irgendwie so passiert man man gräbt sich halt den Herz ja ich geh mal hoch und dann mal ein bisschen schmelzen dann könnten wir eigentlich schon Eisenspitzhacke bauen ja dann kannst du das Gold zum Beispiel was ist hier verkehrt komm auch nicht drauf warum nicht mein Umweg ist Tag ich muss dich dann aber auch wieder verlassen was muss dich verlassen weil der Clay der ruft nach mir achso Dank also ich hab ein Ping von 49 also das geht ich hab ein Ping von 40 genauso wie im Teamspick na gut im Teamspick hab ich 41 ja jetzt hab ich 42 also es funktioniert schon irgendwie nur die Farben funktionieren auch nicht so ganz weil das ist eigentlich die Farbe die als Stand Farbe gilt also wird es nicht so ganz funktioniert keine Ahnung das ist dein Bad das ist meine Baustelle so keine Spitzhacke mehr aber Nusanne ist schon cool irgendwie so was ist cool ja die Funktion mit der Nusanne Licht das hat schon Sinn Nusanne äh verstehe jetzt grad nicht was du heißt da hast du auf links unten hast du auch Licht und da hast nen Wert und da hast Nusanne unten Wert achso oh wenn nacht wäre ok verstehe ja also wenn komplette Duster und siehst du immer direkt auch unten Wert vom Ausleuchten so ich mach mal ne Kiste wo wir Erze rein klatschen damit wir Erze separat haben ich weiß kann man hier rein klatschen so hier haben wir noch Kupfer 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 ja Mist Kupfer Kupfer Holz mitnehmen das mitnehmen Backups machen wir auch falls das jemand interessiert so ich mach mal ja da ist nichts rausgekommen so so ich geh Holz holen ich hol' mein Holz ich hol' mein Holz Hol'zi 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 Holz immer so schlecht töten. Ja, das kannst du generell bei More Creatures schlecht töten, die Mods. Das stimmt. Irgendwas ist jetzt verkehrt. Ich hab null Hungerpollen. Ist das schlimm? Nö. Hab ich auch, die frei ist, ob es schlimm ist, dass hier ein Hai ist. Zwei Hai. The Shark. The Shark. Not the Hai. Die im Fall vom Englisch nicht aus. Ich glaub, die greifen mich aber an. Das ist ein Loot. Cool. Vielleicht ist was Interessantes drin. Gucken, gucken, gucken. Daumen halten, Daumen halten, Daumen halten. Irgend Mist. Und das ist ja alles. Von Stargate. Komm. Ah. Inventory can no longer be accessed by any IEM Machines. Was macht du schon wieder? Warum? Warum? Was ist eine AEM-Maschine? I don't know. Ich hab ja nichts mal gemacht. Wenn du kam, wo ich von einem Ball eingegriffen worden bin. War jetzt geh sterben. Problem ist halt, er schwimmt ja dadurch weg. Problem ist halt, er schwimmt ja dadurch weg. Ich bitte dich.